Wie, wir können nicht unter Mindestlohn gehen? Bistet ihr da sicher? Okay. Oh, ihr seid ja schon da. Mein Name ist Marvin, Marketing- und PR-Manager bei TagTV. Hier bei TagTV war uns die Bindung zu den Mitarbeitern schon immer besonders wichtig. Und deswegen zeige ich euch heute, was hier so abgeht. Kommt mit! Wir bei TagTV waren schon immer tief mit dem E-Sport vernetzt. Und da ist auch einer unserer besten Praktikanten, Markus. Markus, erzähl den Leuten nochmal, warum du dich bei TagTV beworben hast. Ja, ich musste irgendwie mein Pflichtpraktikum rumkriegen. Cut, cut. Du weißt doch genau, wie wir das besprochen haben. Oh, shit. Ein bisschen mehr Elan, ein bisschen mehr Grinsen und dann läuft das auch, okay? Super. Hey, Markus, warum machst du eigentlich dein Praktikum bei TagTV? Hallo, ich bin Markus und ich mache mein Praktikum bei TagTV. Ist gut. Auch bei TagTV sind die Hierarchien besonders flach. Was machst du hier in meinem Büro? In der Zukunft stehen noch einige spannende Projekte bei uns an. Oh, hey David. Hi. Worauf freust du dich deiner meisten in der Zukunft? In der Zukunft freue ich mich auf... Die Gamescom? Auf die Gamescom. Wir freuen uns auf die Gamescom. Wie ihr seht, hat TagTV als Unternehmen einiges zu bieten. Und genau deshalb freuen wir uns auf deine Bewerbung als Praktikant. So, und jetzt wieder ran an die Arbeit. Du, du und du machst deine Kamera aus, okay? TagTV, das P steht für professionell.